Am 17. September werden bundesweit in sieben Städten Hunderttausende auf die Straße gehen. Unser Protest kommt genau zur richtigen Zeit. Ende September wird inkuldig über CETA entschieden. Wenn CETA jetzt wirklich durchkommt, bekommen wir TTIP durch die Hintertür. Aber wenn wir CETA jetzt stoppen, dann ist auch TTIP-Geschichte. Am 17. September gilt, alle auf die Straße. Gemeinsam stoppen wir CETA und TTIP. MBGM 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 Vielen Dank.